Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Ach, der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit tausend Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen. Ich kann es sehen. Wie geht es, von mir zu sprechen? Oder eine Z Staffel? Entspanierst du es? Sie sind in der Zwischenzeit? Musik Wie geht es? Wie geht es? Was sind wir? Wie geht es? Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und einen Chef stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Und wie ist dein Plan, Kumpel? 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 Beide ich dir. Wir stehlen eine Brink. Nimm, was du brauchst. Eine Minute.